Hey, und du? Bist du erstmal ready? Du musst mich einladen nur, ja. Ich spiele gegen einen Freund. 100 Zap-Gifts für dich, das sind 400 Euro, ne? Ja, chill, aber die musst du mir dann bitte nächsten Monat geben, weil wenn du diesen Monat machst, dann geben die einfach einen Twitch. Ich kann nicht, ich hab keine Einladung. Ach, Digga, das ist Schwanz, Mann. Mach nochmal. Mach Gruppe weiter, ich hab's geschafft, sorry. Du bist raus schon. Komm ran, Alter, komm ran. Wie du dich freust, ja komm, mach ready, scheiß auf. Okay, so Leute, jetzt gibt's ein Game gegen Rumatra. Wenn er gewinnt, kriegt er 100 Zap-Gifts, das sind 400 Euro. Wir sind beide kalt, wir sind beide kalt. Wie hast du die Weekendick gespielt? Ich hab jetzt erst genug Punkte, um mich zu qualifizieren. Ah, wie geil, fühle ich, das finde ich gut von dir. Boah, kalt ist ja auch shit, ne? Ich hab einen Tag nicht FIFA gespielt, alles verlieren. Gut war das. Bisschen langsam, aber gut. Ja, muss reinkommen, gell? Mann, er rennt einfach davon. Er ist einfach schneller. Du musst einfach nur lange in Pässe machen und dann triffst du so ein Ding irgendwann. In dem geht es leider nicht. In FIFA. Ja? In FIFA 21 war das so. Geil, genau in die Reihe, ich hab extra da hingestellt. Ja, ich wollte da auch gar nicht hinpassen eigentlich. Aber es ist dann irgendwie doch passiert. Woran wollte er denn hinpassen, ey? Natürlich. Mein Spieler ist aber nicht hingegangen, hast du das gesehen? Ja, klar. Gute Ecke. Schiri, what? Wie lange hast du mich gehalten? War ein bisschen merkwürdig, oder? War ein bisschen merkwürdig. War der perfekte Rainbow. War der perfekte Rainbow. Ach, Ronaldo, er nimmt die mit jetzt aus, mit der Brust. Wie schlecht. Oh, was? Ja, er hat den jetzt ausgemacht. Das ist geil. Das gefällt mir. Ja. Hä? Schillig. Liga, du haust mich die ganze Zeit. Hör auf. Ja, ich hab gemerkt, dass Boxen die einzige Möglichkeit hat, jetzt gegen Ronaldo zu gewinnen, weil da war er nicht so gut drin. Hä? Ich hab ein Time-Finish probiert, what the fuck. Ne, ich spam einfach die ganze Zeit. Dann passiert das. Oh, krass. 1-0. Ecke schläg krass. What the fuck, Maradona? Was macht das denn? Wenigstens passen deine Spieler genauso beschissen. Vielleicht nicht ganz genauso. Ich weiß gar nicht, dass ich finde das immer so unfair, dass deine Leute einfach meine umfaulen dürfen. Korrekt. Oh, das war eine geile Grätsche. Was sind das noch für langsame Pässe irgendwie? War eh abseits. Ganz schön, der Bedrängnis da. Oh, ja, Hilfe. Ja, ich mag dich. Wie gefällt es dir, dass du so ein Tor kassierst? Wie gefällt dir so ein Tor, Maradona? Wie gefällt es dir? Das war laufend. Das war nur mein Verteidiger und der Torwart. Nichts anderes. Komm, wir schauen uns das an. Oh, bist du dumm. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Oh, yeah. Ich werde verlieren, aber das Tor, das nehme ich mit. Hey. Oh, schön gedoppelt. Hä? Was ist, was macht er? Was passiert hier, Max? Ich mag das nicht. Danke. Oh, hätte aber auch funktionieren können. Sag mal, wie es ist, gell? Ja, hätte klappen können, ja. Super, direkt Pass. So lobe ich mir das. Wenn man direkt X drückt und die besten Spieler der Welt, die direkt Pass da nicht schaffen. Das finde ich gut. Ich fühle mich fast wie damals mit den ganzen Spielern. Aber den hast du auch gesehen. Der war auch in Ordnung, oder? Das war auch ein guter Pass. Gefährlich. Woher noch? Oh, pfff. Haben wir. Halbzeit. 1-1 zur Halbzeit. Tschüss, Tor. Danke. Noah. Oh. 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 浸 Pikachu. Ja, war nice, war gut, war gut, war gut. Ja, ist auch ganz gut vorm Tor. Der, der kann ganz gut Fußball spielen da vorm Tor. Boah, sehr geil, dass der ankommt. Das ist krass, stärker können meine Leute halt auch nicht passen. Aber mein, mein Spieler, mein Spieler läuft doch einfach weg, ach scheiß drauf. Na, was denn? Scheiß drauf. The vulnerable. Ach, Torwart hat ihn genau, super, fand ich geil. Du schießt ihn weg gegen deinen Kopf und dann nimmt der Torwart den Ball. Hä? Ach ja, scheiß drauf, gell? Na ja, immerhin, ja, scheiß drauf. Danke dir, Bro. Oh, die Grätsche. Die Grätsche war wichtig, glaube ich. Der Torwart hätte ihn eh gehalten, weil Torhüter geistesklank sind. Aber so ist es geiler gewesen. What? War Ronaldo? Das passiert eigentlich nicht. Was? 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 Oh mein Gott, Mann ey, den hätte er, den hätte ich mir gegönnt, sage ich wie es ist. Hallo, da ist mein Tor. Hä? Hätte er ihn einfach fangen können? Der war doch außerhalb des 16. Ja, hätte er doch noch kurz eine Sekunde warten können, als ob jetzt Ronaldo hinkommt. Da wäre Ronaldo rangekommen. Da wäre Ronaldo range gewesen. Da wäre übel Ronaldo range gewesen. Ich war im Vollsprint. Was passiert? Ich glaube, du hast mich gefoult. Wo denn? Du bist ein kleiner Foulspieler. Sag ich dir, wie es ist. Du haust mir doch die ganze Zeit die Fresse, wenn ich den Ball nicht habe. Ja, Ronaldo muss man auch mal die Fresse hauen. Er hat so wieder in die Fresse bekommen, Alter. Ja, er haut schon auf den Boden. Er ist so sauer, dass er immer, immer ins Gesicht geschlagen wird. Würde hier sehr gerne noch ein Eckball-Tor rein drücken. Nee, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Dass sein 2,10 Meter riese Hullit einfach den Ball irgendwie mit Super... Der sollte zu Vieira gehen. Oh mein Gott. Ich drücke sogar noch extra R1 dazu. 1 gegen 1. Uuuuh. Aber der wäre schön gewesen. Ja, der wäre sehr schön gewesen, aber er ging noch nie rein. Ja. 3-1. Ach so, wir sind in der 90. Oh mein Gott. Naja, es ist schon vorbei jetzt. Nee, 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 nee. Es ist schon vorbei.